Die Entwurf von elektrischen Komponenten für den Einbau in mechanischen Baugruppen kann problematisch sein, vor allem weil man sich häufig wie auf einer einsamen Insel fühlt. Die gemeinsame Nutzung von Konstruktionsentwürfen zwischen den Abteilungen kann unregelmäßig, uneinheitlich und mit mangelnder Zusammenarbeit einhergehen. Die meisten Abteilungen scheinen ein isoliertes Inselleben zu führen. Standardmäßige Büroanwendungen sind für eine abteilungsübergreifende Zusammenarbeit nicht optimal. Und wenn diese Tools nicht ausreichend sind, bricht die Kommunikation zusammen, was zu Fehlern und teuren und zeitaufwendigen Nachbesserungen führt. Mangelnde Kommunikation zwischen Konstruktionsabteilungen kann zu Integrationsproblemen führen, uneinheitliche Stücklisten und am schlimmsten zu Zeit- und Geldverschwendung. Da muss es doch eine bessere Möglichkeit geben. Öffnen Sie die Türen zu SolidWorks Electrical. Neben tollen Entwurfswerkzeugen bietet SolidWorks Electrical eine hocheffiziente Möglichkeit, die Zusammenarbeit zwischen Abteilungen zu fördern. Mit einfachen, integrierten, abteilungsspezifischen Werkzeugen ermöglicht SolidWorks Electrical Koordination zwischen mehreren Elektroingenieuren, Zusammenarbeit von elektrischen und mechanischen Design-Teams und die Vereinheitlichung von Stücklisten zwischen allen Abteilungen. SolidWorks Electrical setzt dem Ratespiel bei der Zusammenführung von elektrischen und mechanischen Baugruppen ein Ende. Der elektrische Designprozess wird vereinfacht, sodass Sie sich mehr auf den Entwurf konzentrieren und gleichzeitig Konstruktionsfehler minimieren können. Verlassen Sie Ihre isolierte 2D-Insel und bringen Sie Ihre Entwürfe in die nächste Dimension – gemeinschaftliches und disziplinübergreifendes 3D. Weitere Informationen zu SolidWorks Electrical erhalten Sie bei Ihrem SolidWorks Fachhändler oder auf unserer Website unter www.solidworks.de. SolidWorks Electrical – präzise, kollaborativ, synchron. Die nächste Dimension der Elektrokonstruktion. Die nächste Dimension der Elektrokismus Untertitelung des ZDF, 2020